Ein Mikro ist drin, schwiegert euch, der Fan muss was trinken und jetzt sind sie bei Wasserpistolen angelangt, die wollen sich nass spürzen zum Hafen, ist ganz schön weit, wir mussten ja an dem Burgberg komplett vorbei latschen, immer noch ein Stück, wir sind auch nicht durch. Wir können euch ja mal Hackfleisch zeigen, momentiert Hackfleisch. Preis von Hackfleisch, ich kann 400 Gramm, 139 Dana, also das ist Kalbs Hackfleisch. 139, nicht mal ein halbes Kilo, das sind 4 Euro, 5, 4, irgendwie so, geht, also hier geht, aber in den Supermärkten geht, das ist in Ordnung, aber nicht beim Fleischer, das ist unnormal, nicht normal und in den Supermärkten, wie gesagt, würde ich niemals kaufen, sowas, weil die Kühlkette, ich hatte ja schon mal drüber geredet. Ich habe euch gerade geschottet und euch geflockt, habe euch erzählt, dass die richtig russisch aussieht, ein richtig schönes russisches Gesicht, also wenn das ein Mensch wäre, würde ich mir genau vorstellen, wie sie aussieht, das habe ich euch gerade im Shot erzählt, richtig, richtig schön, ne? Könnt ihr euch das auch vorstellen, so ein Tier, als Mensch aussieht, das müsste man eigentlich mal so malen. Die ist richtig schön, das wäre bestimmt eine richtig schöne Frau, wenn das ein Tier, äh, Männchen. Naja, jedenfalls müssen wir jetzt noch ein Stück, glaube ich, nach vorne laufen. Hallo? Hallo? Nein. Oh mein Gott. Nein, wo ist die gerade einmal? Dann kannst du ja ein bisschen mal da auf die Erde kippen, aber ich weiß nicht, wie gut das ist. Egal, das macht nichts. Guck mal, da ist aber auch Wasser, oder? Ne, da ist Wasser drin. Da musst du hin, guck mal, da. Da? Oh mein Gott. Schön, oder? Das ist schöner, aber das ist auch schön. Es hat irgendwie was, ne? Ja, aber ist das ein Weihnachtsbaum warm? Ne, ne? Nein. Aber das sieht auch schöner, das braune sieht auch schön aus. Es sieht edler aus, ja, und das sieht orientalischer aus, finde ich. Ne, das ist irgendwie süß. Edel aus. Jimmy soll entscheiden. Das sieht auch süß aus. Was willst du denn damit als Porteboné? Ja, manchmal habe ich so eine Mini-Tasche und dann passt mein Porteboné nicht rein. Also ich habe auch eine kleine Porteboné, aber... Ich finde es so, dass du was sagst. Ja, ne? Und dann muss... Rot oder braun? Ja, aber das hat so schön aus. Braun, ne? Rot? Ich finde auch rot, ja. Echt? Aber du musst dir selbst... Ja, ja. Es ist ja unbenutzter. Ja, das sieht man schon neben mir. Volle Summonier, ne? Doch nicht? Nicht? Nein. Warum? Wenn wir nicht mehr können, müssen wir mit dem Taxi zu deinem Auto fahren. Können wir auch. Wenn wir rutschig machen, können wir das dann so schön machen. 130 Teller kostet das. 130, nur? Ja. Ich glaube, war günstig. Ja. Naja, also kommt natürlich auch die Kilometer an, aber ist ja nicht weit. Nee. Das Minimum ist 130. Ist schön. Wenn es so einen Rucksack geben würde, würde ich den kaufen. Der ist schön, ja. Ich glaube, gibt es mehr. Das Muster ist richtig schön. Das Muster ist richtig schön. Weil ich liebe ja auch diese, weißt du, sowas. Diese kleinen Teppichen. Davon haben wir so viele gehabt, von diesen im Aufen in Al-Chorum. Aber ich weiß nicht, wo die alle sind, ne? Als wir letztes Mal da waren, waren die nicht da. Die Kissen. Ja, Strohkissen. Ne, das ist jetzt gar nicht auf Stroh. Ich dachte, das sei auf Stroh. Ja, wir haben auch schon gesagt, die ganzen Teppiche sind auch nicht so schön. Wer wollte nicht auf Stroh? Also waren für den roten. Besser? Besser. Da sind ja auch Vögel drauf hier, glaube ich. Das waren wir ja nicht. Jimmy, kannst du mal fragen, ob ein Rucksack mit so einem Muster hat? Was heißt das auf Türen? Nee. Nee, dem da. Das weiß ich aber auch nicht. Was Schöpfal auf Türkisch weiß. Ich sag ihm das mal. Aber bei diesen Kumaßtagen ist das nicht so? Bei diesen Kumaßtagen, bei diesen Topfer, bei diesen Kampen. Bei diesen Kumaßtagen, bei diesen Kumaßtagen. Du hast doch nicht. Leider wirst du schon ver, ich bin hier auf. Ja, klar, keinemes Ihr Lieferung, aber beating das nicht mehr auf. Hier habe ich gedacht, das ist die Saison selbst. Aber da ist es möchtet. das ist nicht sein laden bist du jetzt ein bisschen ängstlich ne wir sind jetzt hier in dem laden und unsere schmiertochter möchte diese tasche als rucksack haben den stoff und der mann gehört hier nicht her deswegen der besitzer ist gerade beim beten jetzt warten wir hier um zu fragen ob er den stoff da oben hat von der tasche als rucksack aber sonst würde das ja dann gehen wir sollen warten er kommt gleich sagt auf die arbeit nehme ich immer so einen beutel und da schmeiße ich alles rein eigentlich wäre der beutel auch aber rucksack wäre viel cooler würdest du sonst den beutel nehmen ja ich glaube wenn es den rucksack nicht gibt dann muss ich mir das noch mal überlegen weil ich habe richtig viele beutel und ich habe auch rucksäcke aber so schlicht und ich finde sowas richtig schön ja der laden ist echt schön alles sieht schön aus ja ich glaube gleich brauche ich dein handys hier den dauert nicht mehr lange also die preise sind auch gut sind wirklich gut gerade für die rucksäcke 20 euro für so schöne rucksäcke siehst du ja und groß ist der au also da passt so viel rein ja doch das sind normale preise das ist meistens handgemacht ja hatten sie nicht leider das ist skopelin stoff gewesen also kein also kein richtiger stoff sondern dieser gewebte stoff und das haben sie nicht als rucksack also nach aderbrise müsste da der hafen jetzt sein da ist auch wieder am zastladen überall hier wird laut natürlich jetzt es ist abends und wir sind ja in der nähe auch der diskotheken meile überall wird jetzt musik gespielt wir können ja noch mal zum blauen wir können ja noch mal zu diesem roten dings gehen aber jetzt müssen wir erstmal rüber zum roten turm roten turm kenne ich gar nicht wir waren ja auch noch nie echt aber nicht am hafen ihr wart doch kalais ihr wart doch am burg hoch am watt doch burgberg hoch oder nicht aber nicht am hafen ich dachte immer da wo wir waren wo die so neben sind das ist korrekt der hafen da sind die ganzen piratenschiffe liegen da da kann man auch diese touren buchen genau da beginnen die auch aber die beginnen aber auch im afsalat oft kommt auch darauf an wo die abfahren aber hier ist schön jetzt müssen wir mal glaube ich hier sonst kommen wir da den burgberg glaube ich so heute und noch aber ich glaube hier gehen wir mal runter ja da hat er bestimmt gebetet eben ja da hat er bestimmt gebetet eben ja sind richtig schön alle hier wart ihr bestimmt das gibt es gar nicht wo wart ihr denn dann wart ihr auch nicht in dem diskothekenviertel wo abends immer ganz laut musik ist dann seid ihr so weit wahrscheinlich nicht zu fuß gegangen ja und wenn man ein stück da hinten ist glaube ich das diskothekenviertel da spielt auch mal ganz laut musik oder ist es hier hier war das oder da ich weiß nicht genau wo das wo die disco war war das hier hier ist das shopping ding und da ist der hafen da ist der hafen wollen wir eine machen? ne 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 o die n ne du ne die ne 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 u ne ok das ist ein großer also geht einmal so rum der hafen aber es ist noch nicht 11 uhr deswegen spielt die musik noch nicht hier darf erst ab 11 uhr da hinten spielt dann die musik gemacht da sind die ganzen bars aber die dürfen erst ab 11 uhr es sei denn die saison ist zu Ende und sie machen nicht mehr das kann auch sein ne im winter gar nicht im winter machen die nicht ich dachte hier sind so kleine süße das gibt es ja nur da wo du eben warst handtaschen t-shirts schmuck soweit ich weiß muss dieser muslim shop da hinten sein wo ich meine abayas gekauft hat das macht dann immer spürst du das gerade das macht es aber alles weil du das hast du hast du das gespürt schön leichter richtig schwer ja natürlich fast doppelt so schwer doch kein muslim shop hier aber da ist der hafen wollte darunter ja genau da ist ja das ist glaube ich der shop bin ich dachte der war hier in der ecke aber dann war das da gab es doch mal ich kann doch zum hafen oh mein gott ich sag immer neue sachen da hafen ist doch aber können wir ja ja natürlich wenn ihr die perfekten sie echt sagen nein wir können ich kann gut spazieren gehen hab was trainiert mit baba ich weiß kein problem hauptsache mein handy läuft ja ich film jetzt mit dem handy meiner schwiegertochter deswegen ist vielleicht andere quali gerade ich habe jetzt eine kleine tasche Das ist auch voll süß. Die Brotsäcke? Nein, diese kleinen Minikäcke. Genau, da habe ich das Kleid gekauft, als ich bei deiner Hochzeit anhat. Boah, wird es noch nicht reingehen? Ja. Die kennen mich bestimmt noch. Echt? War ja erst letzte Woche da, oder vorletzte. Guck mal, wird das gar nicht so lange her, der Henner hat. Nee. Ja. Ja.